Was ist BG&D? BG&D ist ein lokales Unternehmen mit einem sehr globalen Markt, den wir bedienen. Wir haben auch globale Standorte, aber für uns ist es sehr, sehr wichtig, Bayern als einen der ganz wichtigen Standorte, wo viele unserer Partnerunternehmen dabei sind, auch zu unterstützen. Und nachdem wir diese Digitalisierungswelle ein Stück weit schon hinter uns gebracht haben, wollen wir dieses Wissen natürlich auch anderen Unternehmen zugutekommen lassen. Also wenn Sie aus einer so langen Geschichte kommen wie BG&D, dann ist die Herausforderung natürlich, sich in den Kunden plötzlich ganz, ganz eng hineinzuversetzen. Weil Digitalisierung für uns war, wir ergänzen den Kunden in seinen Prozessen, wir übernehmen auch Teile des Kunden und wir binden uns an die Systeme eines Kunden über Plattformen an. Und das erfordert einen gewissen Mindshift, dass man aus der reinen Zuliefererperspektive zur Partnerperspektive kommt. Und das haben wir gemacht, indem wir eine Lösung gebaut haben, wir nennen das Secure Industrial Visibility, die unsere Maschinen, die unsere Produktionen an solche Plattformen unserer Kunden von AXEDA, von ThingWorx, von PTC mit inkludiert. Und deshalb glaube ich, sind wir aufgrund der Historie und aufgrund der Lernkurve genau der richtige Partner, wenn ein Industrieunternehmen einen solchen Service sucht, immer getreu dem Motto von der Industrie für die Industrie eine gute Lösung zu finden. Also Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern diesen Business Case, die Frage, spare ich Geld oder mache ich mehr Umsatz, die müssen Sie erstmal für sich beantworten. Und die ganzen Infrastruktur-Themen, Sicherheit, Konnektivität, das holen Sie sich am besten von Partnern. Und dann geht das auch ein gutes Stück schneller, gerade für den Mittelstand. Und dann geht das auch ein gutes Stück an. Vielen Dank.